Hallo zusammen, ich stelle euch heute vor, wie ihr Visual Studio installiert. Um Visual Studio zu laden, gehen wir auf die Webseite visualstudio.microsoft.com und wählen hier unsere Variante aus. In dem Fall wollen wir die Community Edition herunterladen. Diese ist unter den meisten Bedingungen kostenfrei. Hier bitte im Unternehmen auch immer die Lizenzen überprüfen. Den Visual Studio Installer können wir starten. Da er von Microsoft ist, können wir dem auch bedenkenlos vertrauen. Und das Update warten wir natürlich gerne ab. Und nun können wir mit der Installation beginnen. Für die Script-Entwicklung benötigen wir das Paket für die .NET Desktop-Entwicklung, aktivieren dieses Paket und können nun mit der Installation, welche mit knappen 7,5 GB relativ groß ist, beginnen. Nach langer Wartezeit ist unser Visual Studio installiert und optional können wir uns in unser Microsoft-Konto einloggen, um zum Beispiel die Einstellungen in der Cloud zu sichern. Als nächstes können wir unser Farbschema wählen. Hier wähle ich jetzt für das Screen-Recording ein schönes helles Design und nun können wir Visual Studio starten. Beim Welcome Screen schlägt uns Visual Studio vor, was wir denn machen möchten und können jetzt Visual Studio ohne Code fortfahren, also ohne Projekt erstellen öffnen oder direkt Projekte erstellen. Um die Oberfläche kennenzulernen, starten wir ohne Code. In Visual Studio schauen wir kurz in die Einstellungen und so kann zum Beispiel in den internationalen Einstellungen die Sprache umgestellt werden. Hier werden alle installierten Sprachen angezeigt und optional über den Visual Studio Installer können diese hinzugefügt werden. In Visual Studio empfehle ich gerne mal die englische Spracheinstellung, da man hier im Internet mehr Hilfe bekommt zu gewissen Menüstrukturen oder ähnlichen. Die Navigatoren können ähnlich wie in ePlan auch in Visual Studio frei angeordnet werden und wir passen das User Interface unseren Bedürfnissen an. Nun wollen wir ein neues Projekt erstellen. Über File New Project können wir ein neues Projekt erstellen. Nun wählen wir die Filter aus, aus Sprache wählen wir C Sharp. Für die Plattform möchten wir nur für Windows ein Projekt erstellen und als Projekttyp wählen wir uns eine Library aus. Hier bitte aufpassen, es gibt verschiedene Typen. Wir benötigen für ePlan ein .NET Framework-Projekt. Nun vergeben wir den Projektnamen und wählen den Speicherort für das Projekt aus und auch einen Projektmappen-Namen, der ist übergeordnet zum Projekt. .NET Framework haben wir in ePlan 2023 4.7.2 und somit können wir das Projekt erstellen. Visual Studio hat uns nun gleich eine Klassendatei erstellt und das Projekt sehen wir hier im sogenannten Solution Explorer. Um ePlan Scripting-Funktionalitäten verwenden zu können, benötigen wir sogenannte Referenzen. Über Add References können wir diese Referenzen hinzufügen und über Browse navigieren wir in den ePlan Installationsordner unter C Programme ePlan im Plattformordner der jeweiligen Version im BIN Verzeichnis finden wir dann die ePlan Scripting, DLLs und diese sind die AFU, die BaseU, die GUIU und die MasterDataU. Über Add können wir das Ganze dem Projekt auch hinzufügen und haben nun die ePlan DLLs mit eingebunden.